Waschke Mrennecke vom Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück läuft ab sofort unter neuem Namen auf. Wie der Tabellenführer am Dienstag mitteilte, hat der 26-Jährige seinen Geburtsnamen Aydini angenommen und wird mit diesem Namen auf dem Trikot bereits am Samstag, 14 Uhr, im Heimspiel gegen den FSV CK auflaufen. Der Verteidiger wurde 1992 im schwedischen Halmstadt geboren. Dorthin waren seine Eltern während der Jugoslawien-Kriege geflüchtet. Der Weg führte weiter nach Deutschland, wo die Familie aber nach Kriegsende kein Bleiberecht erhielt. Als 13-Jähriger kehrte Aydini allein nach Deutschland zurück und wurde von seiner Gastfamilie adoptiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017